Ja gut, Brücke. Es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck, einfach nicht nach unten. Okay. Oh Gott. Oh Mann. Oh Mann, ich kann das nicht. Beschissen. Er ist so süß. Er ist schon irgendwie süß. Ich finde ihn gut. Oder sie. Oder was auch immer. Hören wir auf zu gendern. Ich finde Lev cool. Stopp. Nein, warte. Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Lev, komm her. Lass dich umarmen. Das willst du gleich bestimmt nicht mehr holen. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Oh Gott. Ach du Scheiße, Lev. Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Ah, es ist wundervoll. Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Hö, macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Äh, Wunder. Du Scheiße. Tut mir leid, Leute, aber ich muss es ausprobieren. Nein, Eddie. Ich musste es einfach ausprobieren. Es tut mir leid. Schön. Ey, das ist ja mal fucking hoch. Nein, ich musste es ausprobieren. Bashua, es tut mir leid. Nee, nicht wirklich, aber... Ich... Oh, fuck. Oh, fuck. Guck zu mir. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Okay, fast geschafft. Du schaffst es. Vorsicht. 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 Fast geschafft. Okay. Okay. Komm schon. Mehr stwindel ich. Schatzkopf! Empi! Hält dich fest! Mal gut, dass da ein Swimmingpool war. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. King Kuba, hallo! Okay. Herzlich willkommen. Einen wundervollen guten Abend. Ach, komm, Abby. Stell dich nicht so an. Okay. Okay. Wo hin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das heftige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Ich bin sehr beeindruckt, dass hier immer noch Wasser drin ist und dass das Wasser sogar mehr oder weniger sauber ist. Können wir duschen? Eine Ohrenkirche. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war's kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Immer dieses Free-Wi-Fi. Ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass das noch funktioniert. Oh Gott. Okay. Hätte ich mir das Free-Wi-Fi merken sollen. Wir gehen wieder durch. Wir gehen wieder durch. Das funktioniert. Das funktioniert, ja. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Hm. Lass mich eben noch kurz looten. Boah, sowas kann ich ja nicht, ne? Wenn in so einem öffentlichen Bad die Klos direkt gegenüber von den Duschen sind. Stell dir mal vor, du bist da am Duschen und dann kommt einer schön zum Kacken vorbei. Muss doch nicht. Das muss doch nicht sein, oder? Das muss doch nicht sein, oder? Ich mache nichts. Ich mache nichts mehr. nhme spüte ich. Bitte lasst eure, äh, während eurer Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt einen Safe in der Abstellkammer in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie fürs WLAN. Habe ich doch gesagt. So, ihr Urlauber, ich hau mich in die Koje, muss morgen nochmal. Ich wünsche dir morgen einen stressfreien Tag. Lass es dir gut gehen, grüß dein Frauchen und wir sehen uns die Tage. Schlaf schön. Nein, sieh dir die Kleidung an. Hier, ist ganz schön dunkel. Genau, leuchtest du dir ins Auge. Oh, so geht das also. Sepp, Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen, das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Federer umbringt. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also, keine Ahnung. Ich gehe davon aus. Ähm, nope. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Da war doch oben einer mit einer Gasmaske. Wie blöd bist du denn bitte? Das ist doch... Da oben saß einer. mit einer Gasmaske. Okay, ich gehe erstmal hier außenrum und dann gucken wir gleich weiter. Guck mal, der hat ja auch eine Gasmaske auf. Kaputt. Ja. Das ist nicht gut. Nein. Dann gehe ich jetzt mal die... Ne, von da kamen wir. Ja, okay. Puh. Da ist auf jeden Fall der Übeltäter. Auch eine Gasmaske auf. Ja. Ich wusste es. Fuck. Okay. 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 Ah, scheiße. Zu langsam. Okay. 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 Okay.